Weiter geht's mit Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7. Wir sind immer noch im Ministerium und tüfteln ein wenig. Da kann ich nicht rangehen, weil ich keinen cleveren Typen bei mir trage. Aber hier hatten wir es schon, hier kam nichts Gescheites. Das war's für heute. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ohne Scheiß. Also maximal diese eine Folge noch. Bringt mir auch nix. Da gibt es auch noch mal stubs. Ich komm nicht weiter. Ich merk das hier schon. Oder brauche ich irgendwie eine Miene? Ich habe keinen Schimmer. Oder ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das kann natürlich auch sein. Versuch gerade noch so ein paar Sachen zu finden, die ich vielleicht... Der kann es nicht kaputt machen. Der genauso wenig. Dafür brauche ich eine Miene. Das ist alles scheiße hier. Das ist ja auch noch Mastart. Ja, das war klar. Aber da ist nichts mehr so. Das haben wir. Geben wir jetzt das hier mal alles ab. Ah. Jetzt weiß ich auch, was ich machen muss. Warte mal. Aha! Aha! Hinter jedem Wille ist auch ein Weg. Jetzt spielen wir Geige. Das Vieh ist am Pennen. Sauber! Ich bin glücklich! So, Mann! Das war eine Geburt. Ach du Scheiße! Okay, das ist ein Schlüssel. Aber erstmal sammle ich hier so noch weiter ein. Hä? 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 Wir machen natürlich alles kaputt. Das war Nummer eins. Hä? Setten wir... Machen wir jetzt das auf... Hallo! Rein! So! Und... Lego! Ah! Und damit sind wir hier auch schon wieder fertig. Richtig! Super! Ja, ist geschlossen! Genau! Und weiter geht's! Ach ja, Magie ist Macht war das! So! Her damit! Her damit! Ja komm, retten wir den armen Mann! Heute sind wir mal... ...der ganzen Gesellschaft hier freundlich gesinnt! Guck, jetzt kann man das abdrehen! Das hier kann man kaputt machen! Und so krieg ich noch Stuts! Das hatten wir schon, oder? Hey, da kommen nochmal welche raus! Saubär! Alter! Voll die Melkmaschine! So, das reicht jetzt aber auch! Jetzt machen wir hier noch ein paar Sachen kaputt! So, jetzt haben wir hier noch die Schubladen! Harald, verschwinde! Nehmen wir hier nochmal die Stuts mit raus! Und hier nochmal! Sauber! Und weg hier! Halt! Ich auch noch mit! Und weiter! Da kommen wieder Pflanzen raus! Gar nichts außer Stuts! Ha! So! Und weiter! Oh Gott! Gott und Vater! Meine Fresse! Ich bin mal gespannt, ob wir das hier noch... ...bis zum Ende der... ...Folge, ob wir dieses Level bis dahin noch geschafft haben... ...werden wir ja sehen! Ah, ich glaub's aber nicht! Aber... ...gibt ja auch Schlimmeres! Wir sind ja auch nicht auf der Flucht! Auch noch mit! Die Stühle werde ich jetzt mal nicht aussaugen! Wie so ein Bekloppten! Weil das dauert einfach zu lange! Hä? Aber hier kann man auch ein paar mitnehmen! Nein, ich rette dich nicht! Ich kann keine schwarze Magie! Hm... Dann... ...muss ich wohl... ...diesen komischen Vogel hier rausholen! Das reparieren wir damit! Wir nehmen uns das hier noch alles mit! Mal gucken, ob hier... Oh! Okay! Ja, man geht besser nochmal in jedem... Ja... ...mein ich doch! Man geht besser vorher nochmal wirklich überall gucken! Weil... ...so was kann man dann doch schon gebrauchen! Hm... So, und jetzt gehen wir da rein! Ich hoffe, ich bin nicht zu heiser! Ich bin's nämlich heute ein wenig! Hm... Perversling an der Decke! Mitte im Magen! Hallo! Handwerker! Ronald! Jetzt wird gefeidet! So! Jetzt wieder eine Angriffswelle! Fuck! Vor allem, wie Hermine nichts macht! Attackiere sie! Töte sie von hinten! Spring ihr ins Gesicht! Wirf sie mit Fäkalien! Ja! Wirf, Alde! Wirf! Töte uns ruhig! Du Barbarin! Du egelha... Du egelhafte Alte! Sag Hallo! Ich bin mit dem Falschen ins Duell gegangen! Der hier kann kein Schutzschild! Ah, doch kann er! Ja! Ja! So! Einen hat er noch! Einer hat er noch! Einer hat er noch! Und damit habe ich den schon mal besiegt! Ja, hau bloß ab! Und ich bin jetzt ein Arschloch und das machen wir in der nächsten Folge! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ja!